Musik Die Markthallen des Mercat de la Boccaria, auch Mercat de San Josef oder einfach La Boccaria genannt, befinden sich an der Straße La Rambla in Barcelona und haben eine Fläche von ca. 2600 Quadratmetern. Sie ist die beliebteste Markthalle in Barcelona und wird von vielen Einheimischen und Touristen besucht. Viele Köche, auch aus der Spitzengastronomie, kaufen hier ihre frischen Waren ein. Von der Plaza de Catalunya geht man die La Rambla in Richtung alter Hafen runter und sieht nach ca. 500 Meter auf der rechten Seite den Haupteingang zur Markthalle. Obst und frisch gepresste Obstsäfte, Gemüse, Fleisch, Fisch, aber auch Süßigkeiten, Nüsse und Gewürze werden angeboten. Einige Bars und Cafés findet man am hinteren Ende der Markthalle. Probiert doch einfach mal den leckeren spanischen Serrano-Schinken oder die anderen Leckereien und Spezialitäten, die angeboten werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.